Der Meisterfeier des FC Bayern, da haben wir natürlich auch die Mädels, natürlich selbstverständlich auch auf die Bühne geholt. Da zieht dann diese Meisterscheine der Mädels in der Hand gehabt, hat sie auch ungern wieder hergegeben. Und auch er ist, kann man was nicht sagen, er ist einfach der Marzell. Es ist beruhigt, nachdem er verletzt wird, dass er auch wieder auf dem Weg der Besserung ist. Einer, der wirklich gezeigt hat, wie man aus der Jugend des FC Bayern München zum echten Star werden kann, weil man sich einfach Mühe gibt und weil man einfach ein kleiner Kicker ist. Deswegen ist der Chef und der liebe Bayern Carina Weminger und David Alaba. Na, wo siehst du bist, du bist der Depart Master Science. Na, du bist der Wahnsinn. Du bist der David Rechte.